doppeltag hallo willkommen ab geht's ja genau muss man überhaupt dank ja geradeaus war es ja ich muss wenn ich fertig bin mit zocken ist mir die heizung bei mir ausmachen ist ja richtig warm hier richtig eingeheizt aber ich sag's dir aber vom feinsten richtig für erwachsene hier ja aber der schweiß kommt von angstschweiß genau oder weil der uns jetzt hier also einheizt man hat schon gemerkt dass er gesehen hat oder nicht wusste woher kommen kommen die schüsse das war sehr gut ich habe nur deine schulter gesehen aber hier ist es gleich können wir lösen ja gut dass ich gleich weniger leben habe wie viel zieht denn das ab ein balken hoch aber mein balken ist kurz jetzt überhaupt lang hier rechts ist aber viel mehr von allen seiten kommen sie ja weil das arme rotte wie wir in die richtung da da müsste es doch eher oder gebe ich folgte ihr mal ja genau das ist doch so habe ich eine blöde waffe die muss ich nach jedem schuss nachladen das ist für mich der nicht ziehen kann und das gut die müssten aber auch hier irgendwo unten vor und seine so hier mal runter ja ich versuche mal eine treppe zu finden hier sehr gut ah ich höre sie ich höre sie müssen hier links irgendwo sein nein 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 wollen wir nicht dieses ding da holen das ja aber dann mal ich komme mal schnell zurück ja schon macht ja mehr sinn dass die die machen ihr ding wir machen unser ding hier wir können die natürlich auch jagen wartet meistens im tod aus ja wir gehen direkt auf sie zu ich glaube sind rechts irgendwo jetzt geradeaus von links irgendwo ja das war eine erledigt ne ich hab nur ein zombie erschossen oh oh nicht gut so rätsel gelöst sehr gut hast du ja nämlich mal mit ok dann haben wir es ja schon ja bis man muss ist da wo die rum waren glaube ich ja das glaube ich ja auch die warten wahrscheinlich schon auf uns vorsicht da kommt scheiße diese waffe ist voll schrott ja scheiße also wir laufen ihn schon fast in der ne genau brauchst du eine spritze ne ich hab mir gerade eine verpasst ich hab dann immer noch drei ok ich werde geschossen ich weiß wo er ist jeder weg schnell rein hier der ist oben auf dem gebäude und oder drüben auf dem gebäude und ist zack guck mich ja da unten jetzt sehe ich ja auf zwölf uhr ja ich sehe ich sehe aber es bringt nichts weil ich treffe nicht ist er weggegangen oder ne ich habe ihn abgeknallt ah super ist die frage ob da nur ein zweiter ist ne ja ach doch da ist noch einer mich voll erwischt hast du ihn? ja ich habe ihn getroffen sehr gut und du hast ihm glaube ich den Rest gegeben wir müssten ihn vernichtet haben vernichtet alter scheißhund ey voll mies hier ist er oh noch einer oder? ne ich hatte geschossen alter du das flammmonster hier wieder so vernichte vernichte rhetorik ist echt alles alter guck mal wie er hier brennt oh jetzt schießt noch einer ach du scheiße ich komme mal schnell zu dir oh der hat mich getroffen von wo? ich glaube von links oh hinter mir hinter mir ja ja er schießt genau genau hinter mir da ah jetzt ich bin tot aber der partner kann mir noch aufhelfen äh weißt du wo der war der Typ? ähm ne aber die richtung ist glaube ich schon gar nicht so verkehrt ich höre einen laufen der kommt auf dich zu hinter dir glaube ich das hilft nicht wenn du redest das hört er doch nicht aber ich höre ihn nicht achso jetzt rechts hinter dir ach da das sind sogar hä wieso waren da so viele? weißt du nicht alter wir haben aber zwei erledigt aber das kann gar nicht sein alter heftig na egal war schön wieder Daumen nach oben abonnieren Glocke nicht vergessen ja der hört mich nicht